Ist das nicht das Problem? Ah, guck mal hier, neuer Range Rover, der auch im Spiel hat, Land Rover, Land Rover, Range Rover, oder wie heißt der nochmal, ich guck mal ganz kurz, wird der jetzt schnell hinten drauf stehen. Land Rover, Range Rover, äh, Sport, irgendwas Gedöse heißt der, glaube ich, so, den Namen, der ist nicht auch neu im DLC drin, ein neuer SUV hat es auch wieder im Spiel geschafft, Land Rover, Range Rover, Supercharged, so, haben wir's.